Hallo und Willkommen zurück zu unserem Let's Play Minecraft Together. Unser lieber Kumpel Benemayo ist leider durch zufällige irgendwas umgekommen, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wir haben nur noch einen Schrei gehört und er war dann weg. Wir konnten ihm nicht mehr helfen, hier rote, unser lieber Freund. Und wir werden jetzt seinen Traum erfüllen, eine Stadt finden und das ist das Mindeste, was wir machen können. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg, damit wir nicht enden wie er. Ja, danke. In Richtung Wüste, wie gesagt. Er hat gesagt, von, warte mal, letztes Mal hier. Ja, oh, auch was Zombie-Zombie. Ja, von da hinten, hier vorne. Hier von lang, komm mit, komm mit, komm mit. So, hier irgendwo in der Richtung. Da. Obwohl, nein. Doch, doch, nein. Äh, so in der Richtung müsste es sein, oder gemeint? Oh, boah. Seid vorsichtig, Jungs. Das enden wir genauso wie er. Spinner, Spinner, ich mag mich nicht. Gelädt. Geh weg von meinem Pumpel, du Penner. Ja, guck mich nicht so blöd an. So, da ist ein Schneegebiet. Das ist nicht das Richtige, würde ich sagen. Ja, ey, ich fahre. Ich fahre' mich nicht so an, du Penner. Es ist ganz warm, warm, warm. Die Eisenschwerter sind irgendwie low. 4 Schläge und Zombie-Zombie durchs. Oh, hinter dir sind das imحiz, Gansler-Mons da. Aufpassen. Don't go, jetzt war aufpassen. Äh, ERIX bis nach Internship. ja hier gerade weil solche ist verpasst Prozent der Posten schon was er kommt es ist ein bisschen weiter weg sein weil er nicht nach Rose in der Hand wer auch immer aus dem Ort die Sterben aber auch passt doch passt die Räder sehen ja aber der nicht mehr zurückkehrt von also noch ein bisschen weiter man zu tun müssen das weiß doch nicht um du bist nur da ja ein Blitz dann entspricht aus der dritten die die der lebt sich bei mir dahinten durch die Welt das ist ein Jahr er ihr bei mir ja auch ohr Orte bitte nicht dann was ist das Notfallshalber euch schlag ich mich mit den Steinchen wenn es euch nicht ausmacht da hinten ich hab ich hab wer muss so weit war das jetzt nicht dass er dich daraus erschienen ich werde hier die ganze Zeit irgendwie ahhh Endermen nicht angucken bloß hier nicht angucken wenn ihr mir ins Gesicht wollt ihr grad angucken dann bringt sie euch um der Slenderman ist etwas ähnliches davon ja stimmt Endermen Endermen ohne Eisenrüstung ist das Schwellen zu töten wechsle eher doch völlig schön nein alter zwei zwei nein ich glaub drei äh Blöcke hochgraben und dann kann er vielleicht nicht mehr anreißen da ist das Dorf nur ich wollte sie nicht in die Schöne das ist nicht äh wenn sie an Tom ist dort sicher und und sich in der Schwestern der Städte was vernünftiges in einer Artikel die Kirche ist leer denn das ist selbe zu müssen abgolbreitet mit der Stadt der Reihe der Stadt leute da ist ein nicht so aus der Schmerz oder es ist also so geiles heißt mein Leben noch nie gesehen ja, ehrlich, gehän drei Leute ja, ah, Zombie, lass die wir wohnen eine Ruhe, wir haben Sinn, die haben dir nix gemacht, du dummes böse ich das ist ja meine One Stadt, Alter, ehrlich, die ist so groß ich ziehe hier dieses Haus hier, dieses ich glaube, Binemayu der leider verstorben ist, hat die ganzen Sachen hier mitgenommen, die in der Schmier waren ja, ich glaube auch ja, wo ist dieses ich häp menstruen jetzt hier doch wohnen, mal gucken, was die bieten das hat jetzt echt gebracht, ach du Scheiße, was bieten die mir denn? Also ich habe mein Haus gewählt, ist nicht gerade groß, also das hier rechts, da, dieses hier. Werde ich meins. Werde es meins hier. Das hier ist meins. Wo ist die Toilette? Da gehe ich ja. Ja, ich ziehe in den Brunnen ein, der sieht so schön aus. Echt. Alter, du hast das geilste, jetzt rausgedorfen, wo ihr da verbisst euch. Ihr könnt euch woanders anziehen. Ich sehe so wichtiger als du, also bitte bestürzt, okay? Hier los, hier geht es da rüber. Apropos, ich habe einen Diamant gefunden, was sollen wir damit machen? Aufbewahrt, aufbewahrt, aufbewahrt. Den bitte her. Ich habe, als ich gestern Flo gesucht habe, sorry, Cyrix, den großen Cyrix hier, Wolfner Absar, da lag der irgendwo in der Ecke, was war noch ein Einzelner. Lacker, du. Ja. Ach man, ich habe keinen Bock auf die Dorfbewohner, ey. Ich glaube, ich klasche dich doch hier alle um. Hat jemand genug Wolle für Betten? Ich habe die vier Betten, also, war ja gesehen. Ja, ich habe doch vier Betten. Ja, dann gib doch mal eins, her damit. Ja, der Scheiß, das Scheiß-Vier blockiert mich, warte. Wo willst du denn die Kacke hin? Wenn du die Viecher tötest, dann würde ich mich. Ey, der Lappen daneben steht. Jetzt mal ernsthaft, soll ich im Brunnen wohnen? Ist mir doch egal, Hauptsache, du machst den nicht kaputt. Ich bin ja auch im Bett. Hallo? Ja, unser Eisbrunnen. Ja, unser Eisbrunnen. Ja, hier war auch ein Schwer, was willst du? Warte, Alter, ich habe prügelig mit dem hier. Guck, guck, guck. Bist du neidisch? Diamant. Ich denke, wir werden hier für eine Weile lachen. Die Dorfbewohner verpissen sich jetzt hier raus, ey. Das ist mir scheißegal. Oh, jetzt geht mal pennen hier, die Dorf. Ja, wenn hier so viele Dorfbewohner gerade rumcampen, geht das ein bisschen eiser. Campen. Oh, ey, wo ist mein Bett? Ich habe gar kein Bett. Was zur Hölle? Freilich hast du eins. Ich habe das Ding gar nicht aufgehoben. So, ich schlafe draußen. Ja, Dito, ich bin im Brunnen. Guck dir mal einmal her aus. Ich schlafe gerade echt im Brunnen, gell. Ist das nicht so, als ob ich gerade lüge oder so? Wer will sich reingucken? Ich bin heute schon gefunden, für mich erst mal. Oh, oh. Daher ich auch. Ja, ich auch. Ja, legt euch mal schlafen. Ja, ich bin schon im Bett. Sehr schön. So, jetzt kommt mal bitte her und guck dich dieses Haus an. Das ist viel zu episch. Das ist schon. Ja, ehrlich, der Haus, das ist aller Geist, was es gibt. Das ist schon. Der Richter. Ach, du Heiliger. Hallo. Wenn ich duschen will, ey, Cyrix, guck mal. Wenn ich duschen will, einfach mal, streck mal rechts. Wieder raus, schön frisch gewaschen. Ich komm hier gar nicht mehr raus, kacke. Ey, was ist mein Bett in Ruhe? Ich hab mein Bett noch nicht mal. Boah, es ist kaputt gegangen. Da kannst du dich ja aufstehen. Arsch. Ja, wie, Diamant, soll ich diesen Zaubertisch machen? Nee, nee, erst mal aufbewahrt den Diamant, aufbewahrt. Nein, 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 für direkt einen Zaubertisch. Pass auf. Ey, 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 nein, nein. Du bist so trottel. Ernsthaft, Mann. Der wird so trottel. Der wird explodiert, wenn ich nicht so ein Superheld und hätte dich gerettet. Ernsthaft, da ist nur eine Reaktion. Ja, ich hör nur Creeper, Creeper, boom. Ey, was guckst du mich so blöd an? Der Brustguckst du mich so blöd an. Äh, äh, doch mal, ha? Jetzt mach mal wieder schön. Lass den doch, was machst du? Die brauchen wir. Die brauchen wir. Wir haben hier noch andere. Nein. Wir haben hier zu schämen von der Seite. Bitte sagst du mir das jetzt. Ja, ich brauch dich später. Das macht Spaß, wenn du mal rechnen da rumzuhandeln. Ja, du brauchst mich nicht, zieh dich ab, die Fiecher. So sieht das aus. Doch, Regal, das ist witzig. So Fischefarm kaufen und da mit Eisenspitzacken und was gibt'n der? Hier, guck mal. Da gibt mir für 10 Charakter Eisenschwert, was übel die Abzocke ist hier. Nein, wie kommst du da drauf? Ich guck gerade mal, der Tempel irgendwo in der Nähe rumballert. Ja, ähm, ja, was machen wir? Wie macht man noch mal Bücher? Ich weiß es gar nicht. Mit Leder und Papier. Äh, Leder? Ja, wer ist hier? Da, fünf sogar. Du brauchst auch Papier, ne? Weißt du schon. Ich hab fünfmal Leder und ein Diamant. Was brauch ich noch? Äh, du brauchst Papier. Was machst du aus Zuckerrohr? Ja, wie macht man Zuckerrohr? Das hol ich dir gerade, das hol ich gerade. Ich hab gerade Zuckerrohr geholt. Jo, sehr gut. Deswegen im Tempel noch. Und hier sind übelst nice one Berge mit Rügel. So, ich tu mal hier alles in die Kiste. Ernsthaft, ich zieh in die Stille. Ey, Kevin. Ey, Kevin, ich hab einen Grund für dich. Ich hab ein neues Zauber. Oh, wo? Warte. Aber ernst, ich darf nicht. Stauden ist zuvor dahin. Ey, ich zieh in die Schmiede ein. Die sieht cool aus. Ich mag sie. Okay, der Bruch. Der schillt jetzt mal. Guck ich mal, ob hier noch irgendwo was weiter drum rum ist. Crafting Table. Du kommst an. Ich hab auch einen Dschungel in der Nähe, wir könnten theoretisch auch einen Dschungel-Tempel bauen. Ich hab noch nie einen Tempel gefunden. Ich will noch so viel Dings sehen hier. So, der Papierleder und Dings. Wir werden hier vielleicht für ein, zwei Folgen geweihen, weil, dann werden wir weiterziehen. Gut, der wird nicht länger da bleiben. Ne, sagen wir, wir bauen das Ding ja auch aus. Ja, genau, in welches ist es, in einem Wüstengebiet. Ernst, das ist eine geile Umgebung, oder was ist hier los? Ja. Hallo? Was gelobt oder so? Ja, wir sind nicht mehr. Bis klar. Nein, ich bin nicht mehr. Ein Mann, ein Schindes zu Hause. Ich kriege halt die verbackten Schweinedier im Baum rumbacken. Dann kill man ein paar, wir brauchen immer. Jetzt brauche ich mal. Wie lange, wie viel Zuckerrohr brauche ich? Ich weiß nicht, ich muss auch immer Zucker draus herstellen. Sugar, wie viel Zucker brauche ich? Ja, genau. Drei. Drei? Drei, okay, drei. Wo sind diese Schweine, ey, wo ist denn das, Figgi? Jetzt rennen die ganze Duntermilch rum. Ich habe jetzt fünfmal Zucker, okay, und jetzt? Also musst du das wie eine Seite einfach, also in der Crafting, auf dem Crafting Table einmal nach oben bauen. Okay. So, ich krabbe, ich mal ein Steak, halt. Dann bräuchte ich, glaube ich, sechs und nicht fünf. Du, Schlaumeier. Könnte sein, weiß ich nicht, zweifeln nicht genau. Ja, nein, das geht auch nicht, Mann. Ich gucke mal, ob ich einen Dschungeltempel finde. Ich sammle mal ein bisschen Kohle hier und... Oh, Mann. Hä, das geht immer noch nicht. Er wird 90 sogar und das geht nicht. Mann, oh. Dann machst du was relativ falsch. Das geht, glaube ich, auch. Oh, Mann. Mit Zucker macht... Aber ich google jetzt einfach schnell. Minecraft-Wiki ist ja schon offen sehr gut. Eigentlich, hier sind drei Schweine hintereinander in einem Baum geballert. Ja, los, crazy, dann haben wir es. Ich bin schon dabei, ich musste... Ich habe doch schon neun. Ne, jetzt habe ich... Ne, ich habe... Oh, witzig. Ich brauche keine Rohre. Ja, okay, das könnte sein. Ja, das könnte sein. Ja, okay. Das könnte schon sein. Sehr klug. Sicher bin ich nicht mehr. Also, ich habe jetzt Papier und jetzt... Ey, ich habe den... Ich habe den Tempel gefunden. Räum ihn aus, räum ihn aus, räum ihn aus. Nein, 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 ich will den 10 nicht raus. Räum, bitte. Ich will den 10... Räum ihn jetzt aus, Alter, weiß. Geist doch den Tempel ab, hier, wenn... Er räumt ihn aus, die Kisten räumt er aus. Ja, trotzdem, ich bliff. Ach, Mann, oh. Ich hätte den Schärfgegant gefallen erst mal, dass ich ihn quasi nicht verregert würde. Ja, aufpassen. Ich... Ich weiß nicht, ich kenne die Rolle von... Ich habe jetzt ein Buch, wie machen wir jetzt diesen Zaubertisch? Ja, wir machen keinen Zaubertisch, den brauchen wir doch gar nicht. Den Diamanten können wir noch nicht machen. Natürlich, hallo. Können wir uns vielleicht Diamantsch weiterherstellen, du Idiot? Ja. Scheiß auf die Diamantschwerte. Ich will schon Level 10. Ja, und? So, den ersten Dispenser habe ich schon mal entschärft. Also, ich mache mir jetzt... Der Diamant, den habe ich gefunden. Ich will jetzt ein Crafting-Dings. Nach, Mist! Egal, also ein Eisenbarn, fünf Knochen. Boah, das hat's jetzt echt gebracht. Ja, hallo. Dschuldigung. Egal, ähm... Philipp, erklär mir mal, wie kann ich diesen... Zaubertisch da machen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Ich gucke, ich google das immer noch. Ich habe übrigens Dings... Ich habe jetzt... Ähm, 25 Pfeile, nur mal so ganz am Rande. Ja, die sind gut. Zaubertisch jetzt erst mal. Ich bin ein Scheißer, äh. Nein, ich brauch viermal Obsidian. Nein. Ja. Ach, Mann. Ja, das muss dann erstmal ein Diamantschitzacken. Und das kann ein bisschen dauern. Ach, Leute, Leute, Leute. Das ist doch blöd. So, jetzt die zweite Kiste ausräumen, weil ich keinen Bock auf das Rätsel hab, weil ich das... Weil mir das zu lange dauert. Weil die zweite Kiste ausgeräumt, Gold, ein bisschen Eisen und dann Knochen. Und dann hat das jetzt gebracht, den Tempel auszuräumen. Aber immerhin Eisen, dann können wir auch so schnell auch Rüstungen machen. Ja, ich nehme die Dings, ich nehme mir auch noch diese ganzen, ähm, Pistens und so mit, ne? Sehr schön, die brauchen wir auch irgendwann. Bestand. Redstone nehme ich, schleppe ich hier mit. Was haben wir hier noch so, sonst ist es nicht, Leute. Ja, war sauber. Ich habe komplett Lederrüstung, die ist richtig cool. So, okay, wenn jetzt zeige ich dir, wo das lang geht, dann geht's los, ja. Ja, genau, Moment, ich, ja, egal. So. So, Schwan. Schöne Lederrüstung hat man gezogen. Mein Gott, zieh die Scheiße aus. Naja, wo bist du? Ja, ey. Im Dschungel. Ja, äh, Flo, ich würde mal sagen, die erste Folge schon zu Ende, oder? Äh, könnte genau hinkommen. Und, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.